Werte Damen und Herren, liebe Barlieber und Barlieberinnen, liebe Facebook-Freunde, liebe Insta- und Twitter-Freunde. Als Bürgermeister der meiner Barlieben wollte ich es mir nicht nehmen lassen, Ihnen und Euch schöne, besinnliche, fröhliche Festtage zu Weihnachten zu wünschen, einen guten und gesunden Start ins neue Jahr und dabei natürlich eine ganz, ganz tolle und friedliche, aber auch freundliche Zeit miteinander in Familie, in Freundeskreisen. Bitte esst was Leckeres, trinkt was Kühles, was Warmes, was Genehmes, habt eine tolle Zeit und wir sehen uns im nächsten Jahr gerne gesund und munter wieder und packen die neuen Projekte an und werden dann hoffentlich noch in eine bessere Zeit mit einer anderen Art von Optimismus starten. Das ist mein Wunsch, mein Wunsch an Sie, an Euch und damit wollen wir auch dieses Jahr ausklingen lassen bei all der Bewegtheit, die dies Jahr zu erleben war. Schön gesund bleiben, euer Frank Nase, ein schönes Restjahr 2022. Untertitelung des ZDF, 2020